wunderschöne grüße aus mönchengladbach ich bin torsten knippertz und unterstützt die aktion mensch first sehr sehr gerne und vielleicht hat der ein oder die andere mich schon mal gesehen entweder hier im stadion als stadionsprecher oder als reporter und moderator bei ntv rtl oder als schauspieler bei unter uns war ich letztens marius popovic wenn das keiner getan hat ist aber überhaupt nicht schlimm denn helfen kann natürlich jeder der die aktion mensch first so wie ich unterstützt entweder mit spenden mit guten wünschen oder mit bekannt machen der aktion indem man das ganze auf sozialen netzwerken teilt auch dass es nicht nur 24 weihnachtswunder gibt sondern vielleicht noch viel viel mehr und dann menschen in not geholfen wird menschen die solidarität brauchen menschen die unterstützung brauchen wäre natürlich cool wenn das nicht nur zur weihnachtszeit so ist aber gerade in dieser zeit wird man ja häufig genug darauf hingewiesen so wie auch jetzt wieder also unterstützt das ganze würde ich mich persönlich freuen und auch alle die davon profitieren und die aktion noch ein bisschen größer machen schöne grüße aus mönchengladbach